hallo an der folie der landwirtschaft wir machen jetzt auch 15 weiter und sammeln die gras die daselballen ein und fahren zum verkauf später werden wir gedüngen im anschluss wenn man da ja auch fällt 13 gucken ob da die aussaat noch dabei ist ach so ja genau ein prozent erst fertig gut ein prozent fahrt nicht mal los ich habe mir jetzt mit verkauft den k2 ist nur eigentum das ist die größte augenkraft für heute nächstes mähwerke spanner und naja braut zum silage waren wir werden verkaufen das ist das gebunden wir machen weiter auf geht's der tor wird leise wird nicht laut genug ja das muss ich mal ganz kurz eine einstellung gehen das heißt einstellung fahrzeuge wird lauter bei ja ein bisschen lauter ist jetzt ja der nicht ganz so einfach alles glaubt mal so leise da werden wir uns dann nächstes wiesen kaufen der ist voll einmal haben wir noch auf geht zum silage waren verkauf zum mischfutter fabrik 2d gemäß machen und koppel kämpfen und und grad von der grasfläche lenkung wieder die lenkung er hat man wieder ja gut er geht zu spät so 55.128 der preis eines tages noch mehr kriegen mal sehen wie schnell gras umwächst gut sammeln angesagt dann muss man Das war's. So, das ist vorne die Lagerballen, nicht mehr voll, aber immerhin. So, das ist vorne die Lagerballen. Dann wäre auch mehr Unkraut auf Feld 1 auch bekämpfen müssen, auch Gras, lass ich mal sein. Gibt ja Gras, aber ich kriege noch einen Kopf bekämpfen. Naja, ich meine, man machen wir da die Tausend. So. Jetzt fahren wir zum Hof. Dann machen wir uns an den Düngen ran. In der Zeit, wenn man überdüngt, können wir an die Seemaschine auch zurückfahren zum Hof. Wo die auch aufladen würde, probieren kann man es ja mal. Ne. Wäre ja unsinnig. Muss ich nicht mehr so voll machen gleich. Auf Wiederlehr kann man gleich entsprechend. So. 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 Let's pack my letter name. Das ist ein guter Haus. Gut, guter Haus. So. Gut mache gleich. gleich auffüllen auf zur wiese und die hecke ist weg macht ja auch nichts grunde wenn jetzt irgendwann die saat aufgeht können wir alle felder dünnen so So, dann ist die Kursprevision Nummer 72, 601, 70, die neueste für heute. Die KI-Fahrer, wo ist der Anfang überhaupt? Das Ende. Hm, ganz da hinten. Ich wollte hier aber nicht so warm. Starten wir hier eigentlich normal. Na gut, dann fahren wir runter. Ich wollte da vorne starten, gut. Da ist noch nichts gewachsen. Gut, jetzt fährt er schon mal, macht seine Arbeit. Jetzt schauen wir mal gleich rüber. Zwei Kollegen auch für 13. Hier sind wir lauter. So, klappen wir zusammen. Jetzt fahren wir mal zum Hof. Wir haben gleich Umstand auf Pflegebereifung. Boah, da kann ich noch so rauf. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Ihm, ganz gut. Ich weiß nicht, ob die Krim wurde. Das nervt mich. Preise, Raps habe ich da drin. Das lohnt sich nicht mehr. Kredit geht nicht. Gibt mir nicht mehr. Oder wenn wir in der nächsten Folge was verkaufen. Wir sind Gerste. So, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich würde mich über ein Like freuen. Und auf ein Wiedersehen zur nächsten Folge. Tschaui. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020